ah ok jetzt kommen die lisha instabilisieren aus dem wahnsinn wächst manchmal große klarheit ein weißer prinz erkennt dieses seltene talent bei dem sein untertan und sollte ihnen die anerkennung die ihnen andere verweigern ermittler tausend sasser veteran was haben wir jetzt genau mit der anderen veteran glaube ich dass sich die kenntnis auf fähigkeiten konzentrieren mit denen du verdeckt arbeiten jemand erpressen oder informationen stehen kannst ok wenn ja er geistig verfügbare erfahrung habe ich erneut disziplin wir nehmen einfach die vorgegebenen leisha it's good to see you be good sweetie how was your reunion with halsey thank you hazel your gift was wonderful you shouldn't have troubles you're welcome we should never have kept you apart for this long good evening delson good evening leisha how are you feeling i feel great better and better since i got my little sugar fangs back wonderful i haven't seen richard yet does he know i've been released from the institute no i'm the prince it was my decision he is your psychiatrist but you don't need his permission for everything he wasn't at the party was he i'm searching for everyone who's still missing don't worry about him thank you leisha i know i can be frank with you for four years i have been working to heal the city's wounds you've already helped me avoid traps in the past you're not like the other children of malcalf quentin king knew that the mad king i remember yeah i had you released from the institute because your premonitions are the most detailed the most accurate i wanted them to help me understand the chantry's hand more clearly before we signed our agreement with them but this alert changes everything i need to understand what's just happened did you sense anything possibly about what happened tonight i saw images but they had nothing to do with this party it didn't make any sense it was a long white hallway it's a little early for sure but it's a good start i'm sorry i can't be of more help don't be sorry there's something else you can do for me your discretion can still be of use to me i need to be sure that none of the members of my council are going to take advantage of the situation you don't trust them you can never be too careful you and delson are the only two people i trust entirely the members of the council have their council lodgings here it gives them the impression that they have power and it means i can keep an eye on them i'm going to give you the key go and see if you find anything that could make me doubt their loyalty anything that might make me think there's something in the works uh all right miss drury burned the midnight oil to make sure this event was secret i imagine there might be some evidence in the information she gathered i need it all right consider it done you've never disappointed me leisha please don't start today until then i hope to have found more information but above all don't share what we've discussed with anyone i don't need more gossip can i take halsey with me of course all right then i'll be right back die können sich beide unsichtbar machen damn it i don't believe it so 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 Was ist das? So, this is where you've been hiding. Oh, Jesus, it's you. You scared the shit out of me. How did you find me? You're really bad at covering your tracks. Are you alone? What the hell is going on? Shit, ma'am. It's a fucking nightmare. Mom, I'm going to Richards to see if you have my teddy. Okay. Come and find me when you're done. I hope Johnny hasn't come looking for the same thing as me. Öffnen. Lesen. Zusammenfassender Personenakte zum Hortford-Gildenhaus. Mr. Osborne regent des Hortford-Gildenhauses. Ambitioniert und paranoid, extrem geschult in Traumaturgie und unterstützt die Wiedervereinigung, erwähnt, aber... In privater Unterhaltung Fluchtwege sollen im Auge behalten werden. Besuche einmal monatlich die Jefferson Library. Das Wakefield-Kind von John Rice. Sie ist eine verschwiegende Spezialistin für Gedankenkontrolle, die Mr. Osborne bedingungslos unterstützt, obwohl er ihr gegenüber weiteren Mist draus schließt. Sie unterstützt die Wiedervereinigung, um die Entscheidung ihres Agenten zu unterstützen. Mr. Samuels, Kind von Upton Rovalence. Dieser Blaublütige ist pragmatisch und kennt sich gut in Versicherungsfinanzen aus. Geschäftsführer des lokalierenden Unternehmens und scheint auf Teilzeitbasis nach Boston gezogen worden zu sein. Mr. Fleming ist auf Gift spezialisiert und Osborne's persönlicher Leibwächter. Liste der Gefäße, bereitgestellt von Dr. Dunham. 17 und 18. Jahrhundert war die Traumatologie in ganz New England einflussreich. Er lebte jedoch auch in dunklen Zeiten und sah ihre Macht im Laufe des Jahres schwinden. Besonders durch das Vordrängen des Sabbat aus dem nördlichen und westlichen New England. Einige ältere Tremmer glauben, dass sich mindestens einer der größeren Konvente mit dem Sabbat verbündet hat, um diese zu stürzen. Doch gibt es große Dissens darüber, welche der drei großen Konvente die Hauptschuld trägt. Der Ansehensverlust, der ihre eigene Familie erlitten hat, ist eine Wunde, die auch heute noch schwer und extrem Ablehnung der Schwestern von Salem erklärt. Die Traumaturgen, die hauptsächlich von einer Kapelle in Hartford aus agieren, kämpfen seit langem mit den Ventrue-Klüngeln um die Vorherrschaft im Senat und sie ergreifen ohne zu zögern jede Gelegenheit, diesen Wettstreit zu gewinnen. Als der Prinz von New Heaven und Hartford zu Beginn der 1900er Jahre zu ihnen kam und sie um Hilfe bat, gewährten sie ihm dieselbe Selbstredenden freundlicherweise. Bisher gibt es sich schlau genug, die Schuld der Ventrue ihm gegenüber nicht einzufordern. Aber es wird sich wohl bald ändern. So wird er... Ach du Scheiße. Ja, okay. Das ist, was Hazel hat mir, um sie zu bringen. Berichtsergebnisse analysieren. Ach du Scheiße. Subcheckt Mr. Jason Moore. Juliwoche. Bericht vorgelegt von Mr. Wu. Keine Besonderesvorkommnisse. Nächtlicher Besuch von Miss Hazel. Everson. Bericht vorgelegt von Mr. James. Blablabla. Okay. Okay. Da ist was. Untersuchen. Vielleicht kann ich so der helfen. Wo bist du? Die Zeit ist gekommen. PVD Ankunft. Konsultieren. First Aid Kit? Okay. Das Bild ansehen. Jarrah, ich hätte gern diesen Bund gegeben, auf den du schon lange wartest. Aber ich kann mich nicht überwinden, dich dazu zu verdammen, meine Lage zu teilen. Doch keine Angst, ich werde mich niemals von dir abwenden. Jarrah, niemals. Wir sind auf ewig aneinander gebunden, wir sind eins. Seit der ersten, nach diesem ersten Moment, nichts kann uns jemals trennen, versprochen. Okay. Also, wir sind jetzt hier an sich fertig, ne? Hier gibt es gar keinen weiteren Raum. Und ist die andere Weitergang zum nächsten Ding, oder was? Schlüssel verwenden. Geh zu Hause, oder stelle Nachforschungen zu den anderen Mitgliedern an. Die Stadtverwaltung hat ein neues Zuhause für die Sisters of Salem in der Bibliothek von Salem gefunden. Eine Anerkennung ihrer gemeinnützigen Arbeit als Vermittler unserer lokalen Geschichte. Die Organisation erreicht Bekanntheit durch ihre jährlichen Feiern, zu Allheiligen, dem Tag zu Ehren der Toten und Märtyrer. Weit weniger bekannt ist jedoch ihr Einsatz für Menschen in Not während des restlichen Jahres. Selbgeplan, Einloggen erforderlich. Okay. Wächterraben, Ausrüstung, Kesselzutaten, ein Rabe, Mais, Rabenmiss, Maisstroh, Blutmagnet, Versteckritual, erleuchteter Pfad, die Beute muss zuvor gesehen worden sein, aber die Beute darf nicht unter Wasser gehen oder ein Gewässer überqueren, Wiederherstellungsritual, eigenes Blutgeopferes Tier. Okay, das sind nur Zauber wahrscheinlich, ne? Polaroid-Foto. Inventar. Nostalgie und Wiedererlangen von Erinnerungen und Bildern aus ihrer verlorene Vergangenheit treiben Leiche an. Achso, jetzt stellt zwei Willenskraft wieder her. Schlussfolgern. Tier studieren. Wow, das hätte ich jetzt dir auch sagen können. Hm, es ist von einem Tier, und es ist noch frisch. Okay, sonst ist hier scheinbar nix, ne? Außer, dass er eine Reise planen will. Oh, da kommen wir da oben hin. Oh, was ist das da? Ich hätte vorhin interessiert, was die Vision gebraucht hat. Aber das zu machen, während die anderen da sind, wäre schon ein bisschen blöd. Oh, shit. Locked from the other side. Ja, wahrscheinlich, damit ich nicht einfach unten rumrenne, ne? Ich habe Schlüssel. Super, wow. Hazel hat mir gesagt, dass ich hier einen hohen Profil zu halten. Diese Umgebung ist für den Prinz und ihre Primogen. Shit. Hilda ist in ihrem Büro. Verstohlene Maske, sie wird mich sehen. Ich sollte nicht zu nahe kommen. Oh, was ist das? Warte, warte, was haben wir da? Du musst mir verzeihen, ich gebe zu, dass ich zu weit gegangen bin, aber du hast mir keine andere Wahl gelassen. Du verstehst nicht, was in mir vorgeht. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass du mir beim Altwerden zusiehst, mir vorzustellen, dass du nach meinem Tod allein ohne mich weiterleben wirst. Ich will dir gar nicht nur sagen, dass ich für dich sterben würde, ich will allen zeigen, dass ich für uns gestorben bin. Ich weiß, dass du wütend bist, ich verstehe, dass du deinen Hals riskierst, wenn ich dich weiterhin dränge, mich ohne Erlaubnis zu deiner Partnerin für die Ewigkeit zu machen. Also bitte mich ohne Erlaubnis zu deiner Partnerin für die Ewigkeit zu machen. Also bitte darum, wenn du mich liebst, pflege ich dich an, darum zu bitten, sonst werde ich auch so sterben. Das ohne dich hat das Leben mir nichts mehr zu bieten, das ist mir klar. Hilda, ich liebe dich und du bist das Einzige, die einem auf immer und ewig Sinn ergeben kann. Deine Mämm. Okay, das war scheinbar damals zu der Zeit. Die Kurata von Rosamund Society. Hiermit bestätigen wir die unversehrte Ankunft des Stichs. Die Battle of the Plains zu unserem vollsten Zufriedenheit, dass diese Anquisition stimmt, auch uns zuversichtlich, unsere zukünftige Transaktion erfolgreich zu werden. Wir sind Ihnen dankbar. Ist das ein Bild von der M? Scheinbar. Barrel Underwood. Der Durchgehendes wird er wahrscheinlich sehen, ne? Und der leuchtet komisch. Achso, ja, ich kann ja auch retten. Richard Dunham. Richards Apartment. He, er hat nichts verändert, wie usual. Sehr geehrte Dr. Dunham, äh, wir geben, wie gebeten habe ich Ihnen von Ihrem gesamten Spender für die Wiedervereinigungsparty vorbereitet. Sie können um 21.00 Uhr im Salon Rouge abgeholt werden. Ich denke, dass Ihre Gäste von der Qualität der Auslese, die sie Ihnen anbietet, beeindruckt sein werden. Sie die Früchte Ihrer Arbeit zu schätzen wissen werden. Nein, er ist nicht da. Wo sind Sie, Herr Teddy? Konsultieren. Speichermedium einfügen. Ach, ich, wieder vertraulicher Bericht, 1978. 6. März. Ursprünglich bekannt, 13 Mitglied des Hofes litten mehrere Minuten lang an einer plötzlichen kollektiven Panik. Quentin King, unser Prinz, forderte eine Untersuchung. 1988, nach der vorgeschriebenen 10-jährigen Untersuchung ohne ein schlüssiges Ergebnis eingestellt. 31. Oktober, Ursprung unbekannt. Die Diener der erstgeborenen Wohnung summten eine Stunde lang dasselbe Lied. Quentin King, unser Prinz, forderte eine Untersuchung. 1988, nach der vorgeschriebenen 10-jährigen Untersuchung ohne ein schlüssiges Ergebnis. Ach, ich, wieder vertraulicher Bericht, 1999. Ursprünglich unbekannt. Die Diener in den Gemächern des Prinz lachten eine Stunde lang hysterisch. Quentin King, wieder zehnjährig, 2009. Miss Hazel Everson, unser Prinz, berichtet, dass sie während ihrer Rede eine plötzlichen kurze geistige Störung verspürte. Miss Hazel Everson, unser Prinz, forderte eine Untersuchung. Nach Untersuchung abgeschlossen, Bericht persönlich übergeben. Ursprünglich unbekannt, mehrere Mitglieder des Hofes empfanden über Minuten ein Gefühl des nahen Todes. Hazel Everson, unser Prinz, forderte eine Untersuchung. Nach Untersuchung abgeschlossen. Unbekannt, die Diener in der erstgeborenen Wohnung übergaben sich mehrere Minuten lang. Die anwesenden Gefäße hatten die ganze Nacht hindurch unkontrollierte Schreianfälle. Untersuchung abgeschlossen. Was war denn das? Ist das zumachen wieder gut? Wie viele Stunden habe ich in diesem Armstamm für meine Therapie-Session gesucht? Hineinziehen? Oh, ein Floppy-Disk. Das ist alles, was Richard weiß, wie es benutzt. Vielleicht find ich eine Art, um es zu lesen. Und zu suchen. Nur Richard würde es trotzdem nutzen. Was ist das? Sehr geehrte Miss Everson, wie von Ihnen gewünscht, kam es zur Antwort in den Salon Rouge, um eine Beurteilung hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den Hortford Tremere hindurchzuführen. Wir können bestätigen, dass die Produktion verdreifacht werden kann, sofern wir den Betrieb in unseren Keller erweitern. Ich denke, es wäre klug, eine Reserve zu bilden und nur ein Drittel unserer Produktion für Hortford bereitzustellen. Zu diesem Zweck werden wir auch einen temperaturkontrollierten Lagerraum zur Verfügung stellen. Was die Fragen der Praxis angeht, würde ich Sie bitten, die Formeln, die ich herausarbeiten konnte, nicht in ihren Vereinbarungen zu inkludieren. Das andere wurde es der Meinung, dass wir sie geheim halten müssen, um den Vorteil des Abkommens zu wahren. Wir finden beide, wenn wir sie überreden können, Tremere nach Boston zu schicken, um den Blutstabilisierungstest durchzuführen. Und wenn wir rauskommen, was die industrielle Produktion von mehr als 400 Einheiten pro Woche angeht, so bin ich eher vorsichtig. Aktuell bin ich in der Lage, alles allein in meinem Labor herzustellen. Zu Beginn, mir anzusteben, würde ein Umzug erfordern. Und würde sicherlich die Aufmerksamkeit unserer Rufstofflieferanten auf uns lenken. Richard muss einen Abkommens zu haben, wenn Hazel es interessiert hat. Also, der steht auf große Spiegel, kann der sein. Also, hast du deinen Teddy gefunden? Ja, wir können gehen. Nee, ich bin noch nicht fertig. Nicht ganz, Pumpkin. Ich will noch einen anderen Blick nach oben nehmen. Du wirst mich hier warten, aber du bist gut. Ich will. Das haben wir gelesen, so haben wir alles. Untersuchen? Warte. Ich sehe Angst. Richard hat mich oft gefragt. Die Frage ist, kann ich da einfach rein? Ohne, dass er mich sieht. Verdammt, wie groß er braucht man in der Dusche, man. Die Spekulativen News von... Oh, he's about as fun as his reading material. These suits... Barrels as dead outside as he is inside. Ich störe, dass dein verdammtes Gesicht leuchtet. Oder halt nebelig ist. Ist es dann, der kann mich nicht sehen? So, es ist Miss Erwesen eine Ehre, sie zu großen Vereinigungsfeiern anwesenheit von Vertretern des Hartford-Gilton-Hauses 1.0. Die Anwesen bei den Freiheitlichkeiten ist am Abend des Vierten. Da ist noch was. Notiz lesen. Sehr geehrter Mr. Underwood, hier vereinbart unsere Zahlung lange für die Vertraulichkeit. Sie tragen damit Indrekt zu einer der größten forensischen Entdeckungen unserer Zeit bei. Gleich noch blutleere Leichen in gutem Zustand haben, die Sie uns anbieten können. Lassen Sie uns bitte wissen. Betreuunglichen Grüßen. Das blöde Buch kann ich nicht schauen. Ja, jetzt können wir eigentlich zurückgehen. Dass die eine immer noch total auf die M steht, aber wahrscheinlich irgendeinen Mist gebaut hat. Wo ist die Kleine? Ah da. Ich werde mal einen Teddy eigentlich finden, irgendwo. Ich könnte noch mal zu der anderen reingehen. Weil ich weiß nicht. Jetzt ist die Frage, kann ich mich unsichtbar machen? Sichtbar machen und dann das Zeug lesen? Oder spürt ihr denn meine Präsenz? Oh, ich kann sie aber auch nicht wegmachen, ne? Okay, ich muss unsichtbar bleiben. Okay. 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 Na gut, dann gehen wir jetzt raus. Okay. Are you almost done? Yes. I've found something that might be of interest to Hazel. Does that mean we're going back to see the prince then? Let's go, sugar fangs. Laycia. Huh? I'm all ears. Alles war alles gut. Ich wusste, dass ich dich aufhören konnte. War Halsey eine gute Frau? Ja, wie immer. Gut. Warst du etwas interessantes in Ms. Drury? Ja. Es gab intel, die sie auf die Gäste haben. Including die von der Hartford-Chantrie. Hm. Was für ihre regenten? Sie haben Osborn. Ja. Er ist beschäftigt mit memory-magik. Interessant. Ich habe alles an Delsen gegeben. Danke. Ich schaue es später. Warst du, dass du etwas interessantes oder hören kannst? Ich habe M und Jarrah in Jarrahs Räume gesehen. Hm. Ich habe Jarni in Jarrahs Räume gefunden. Wie ist sie da? Ich weiß nicht. Aber Emem hat sie gehört. Es ist wie es keine Sicherheit hier gibt. Aber du gehst. Ich will alles wissen. Was hast du gesehen? Sie haben gesprochen. Und Emem hat sie gesagt, dass du sie wollte. Sie hat sie gesagt. Sie hat sie gesagt, dass sie sie zurückgebracht haben. Jerni agreed. Das ist es. Warst du etwas anderes? Wie gesagt. Ja. Wie Clara? Oh, das ist etwas, zumindest. Danke, Leisha. Richard noch nicht da war. War du noch etwas anderes? Ja, ein meiner Servanten kam von seiner Bar. Der Red Salon. Als das ist, wo er seine Forschung macht, habe ich ihn da. Aber sie hat gesagt, dass Dr. Dunham nach der Party kam zu früh, mit ein paar von seinen Vesseln. Ich bin sorry, Leisha. Nein. Wenn er wurde, hätte ich das Gefühl, hätte ich es. Ich muss ihn finden. Du bist der größte von uns alle, das stimmt. Aber wir haben keine Ahnung, was da passieren könnte. Es könnte gefährlich sein. Ich werde nicht allein sein. Halsey wird mit mir. Natürlich. Und eine letzte Sache. Dr. Dunham war nicht der einzige da. Es war auch Miley, meine Kindheit. Bring sie zurück zu mir. Ja, natürlich. Wir werden sofort wegziehen. Ich würde nicht erwarten, dass ich nichts weniger von dir erwarten würde. Danke, Leisha. Okay, wir haben die anderen Apartments scheinbar nicht komplett durchsucht. Könnte das sein? Überblick über deine Erfolge. Fehlschläge, Empfehlungen. Für jeden Erfolg erhält dein Charakter Erfahrungspunkte. Gnädig, 10% Erfolg schaffst bei einem unentschiedenen Rhetorik. Du hast die Macht gemeistert, die Unterhaltung zwischen Er und Schöne belauscht. Du hast den Prinzen die Dokumente gegeben, die garantieren Schöne's Namen reinwaschen. Barrel Underwood, blablabla, okay. Belohnung 35. Aber kein Fehlschlag. M.M., komm hier. Danke, M.M. You've brought me a journey. I knew I could count on you. Jay is waiting in the antechamber. She's nervous. Tell Delson to go easy on her. We'll see about that. Did you need me for anything else? Not right now, but I will soon. I have one more favor to ask of you. Alright, I'll be waiting in the next room. Ah, du hättest versuchen können, Chani zur Fluch zu überleben. Du hast den Prinzen gehocht. Chani folgt dir zur Wohnung des Prinzen. Hier ist gerucht Chani's letzte Schritt nachvollziehen. Resonanzbonus Präsenz. An ihrer Stelle jetzt minus 10 auf die nächste Erfahrungskosten des Attributs geistig. Oh ja, mit der habe ich aber mehr bekommen, ne? Tausendslasser Fähigkeit konzentriert. Das ermöglicht dir eine maximale Anzahl an Interaktionen, die sich aber nicht von allen beherrschen lassen. Gesellschaftlich ist der höchste. Ich habe eigentlich schon die richtigen angewendet, ne? Mein Prinz. Delsen. Zori. Es scheint, die Camarilla ist in danger. Ich bin auf deinem Beherrn. Ihr Gefühl, es ist ein Kredit zu dir, Galeb. Du hast nicht verloren, ich hoffe. Die Code Red ist links zu der Unification Party mit der Chantrie. Keine Ahnung da gibt es noch nicht mehr. Was für Hartford? Habt ihr von ihnen gehört? Wenn die Päden haben nichts zu tun mit dem, was passiert ist, werde ich selbst zacken. Du denkst, dass sie vielleicht involviert sind? Ich weiß nicht. Wie viele von uns da waren? Wahrscheinlich ein gut 20, give oder take. Dr. Dunham und unser Top Spy, Jarad Rory, waren bereits da. Wir haben vielleicht zwei Mitglieder der Primagen. Es ist zu früh, um irgendwelche Schlussfolgerungen zu machen. Wo wollen Sie beginnen? Kann ich... kann ich auf Sie? Du hast keine Grund, um mich zu verraten. Einmal bei einem, die Anseli heben die Bekkenung und gehen nach links. Du bist der Einziger in der Stadt, jetzt. Nicht das mit mir. Nicht jetzt. Ich würde sehr dankbar mit dir. Und Fang. Wie kann ich sein? Geh und sieh Kaius. Mit Jarad Rory. Er ist in charge of security. Er hat vielleicht etwas gelernt. Du kannst mich anwenden. Du hast meine absolute Hoffnung, Caleb. Ja, es fehlt ja ein bisschen die Körpersprache oder sonst irgendwas. Das fehlt auf jeden Fall. Aber ich finde es bisher eigentlich ganz interessant. Oder es ist ja immer noch der Anfang. Wir sind jetzt erst eineinhalb Stunden drin. Aber an der Stelle bedanke ich mich dann bei euch fürs Zuschauen. Es ist dann doch zwei Folgen geworden. Von Vampires and Masquerade's One Song. Ich finde den Namen immer noch irgendwie cool. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Macht's gut und Servus. Untertitelung des ZDF, 2020